willkommen zurück zu einer weiteren folge spfos 3 legacy wir haben die drachen quest fertig der nach erlebt wir haben eine belohnung bekommen die nicht so geil war ehrlich gesagt und wir machen es weiter mit der story naja zumindest hatte uns nicht einmal der walter hat ziemlich viel lebensbote gehabt jetzt die viel ausgehalten das war schon knallhart hier haben wir noch die ausläufe windball da wollen wir jetzt hin wegen der hauptkurs die wir noch haben dies haben wir noch ja ja stimmt die müssen ja noch gespielt werden alles schön hier irgendwie was genau du bekommst doch mal ein bisschen intelligenz und dann wir dann wieder noch einmal da das ist ganz gut ja ich weiß dass das alles so ein bisschen random die skille ist ja aber die benutze ich ja sowieso allein nicht oder noch 20 punkte ok so hier können wir auswählen welchen welches volk wir dabei haben wollen menschen ochs und elfen mittlerweile haben mittlerweile haben wir ja glaube ich auch bei den anderen völkern viel gespielt und so weiter und so fort ich weiß nicht wollen wir mal was anderes aus der orx also ich das ist immer orx genommen helfen orx elfen orx wenn ja die menschen mal wieder immer sagen das ist mal wieder eine ganz gute sache als die ausläufer windwalls häufig auch schmelztiegel genannt gilt jener streifen land der die grenze zwischen hallit und im zwergenreich windwall bildet jahrhundertelang war dieser ort ein zentrum für handel und diplomatie und er ist einer der hauptgründe für den großen einfluss des hauses hallit auf die politik nordhanders liegt doch jeglicher handel mit zwergischen mondsilberstahl in seinen händen das sollte es sein windwall aber wie dem auch sei laut unseren spähern liegt ein lager der reinheit im südosten sie scheinen etwas zu bewachen ich vermute also dass wir bald schon herausfinden werden wohin leonida die magier schickt die ihre prüfungen auf dem auge bestehen auch wenn ich kein gutes gefühl dabei habe solltet ihr auch nicht dieser ort stinkt nach tod und verwesung ja einerseits das und andererseits habe ich ja die menschen ausgewählt das heißt baumodus wird hier definitiv passieren schlagt ein lager auf das sagt doch schon alles bleibt fern von mir bleibt fern von mir oder ich sprenge mich verdammt noch mal in stücke was ist los wer seid ihr das wisst ihr ganz genau ihr wisst wer ich bin aber ihr seid gekommen um mich wieder zurück zu bringen aber das könnt ihr vergessen ich gehe nicht zurück hört ihr mich nie wieder hört für wen oder was auch immer ihr uns haltet ihr irrt euch wir sind nicht eure feinde also gehört ihr nicht zu ihnen zu den weiß roben im gegenteil wir bekämpfen sie bekämpfen aber das ist nicht möglich im berg haben sie uns gesagt ihr wert alle tot dass die welt jetzt a und ihr gehören würde dann haben sie gelogen es gibt noch immer widerstand und wir sind teil davon widerstand dann seid ihr hier um sie aufzuhalten um diesen ort bis auf die grundfesten niederzubrennen korrekt und jetzt seid ihr dran wer seid ihr ich nehme an ihr seid aus der schmiede geflohen ja 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 das bin ich aber bei den wächtern auch hier ist licht schaltet sie aus ein hinterhall was soll das verbrennen wir sie das war knapp alles klar ich glaube es ist an der zeit dass ihr uns erklärt was los ist ja natürlich wo soll ich anfangen wie wärs mit eurem namen mein name ja im berg waren wir nur nummern ich war schänder 342 zara's klauen das ist widerwärtig wie ist euer echter name könnt ihr euch erinnern karlis ja karlis so hieß ich karlis verstehe dann nehme ich mal an dass der berg das ist was wir unter dem namen schmiede kennen richtig was tun sie dort wir wissen dass die reinheit besonders begabte magier von den sumpflanden hier her schickt ja dieser verfluchte sumpf ich war auch dort zusammen mit ignats wir waren unter den ersten sie haben uns nach windwall geschickt nachdem sie beschlossen hatten dass wir brauchbares menschenmaterial wären falls es euch tröstet amaria leonida ist tot sie wird niemanden mehr in den berg schicken tot gut dass das ist gut erst völlig traumatisiert ich weiß nicht was wir auf seine information geben können einen versuch ist es wert erzählt karlis was passiert in dem berg was tun sie mit euch sie nehmen unsere körper sie verarbeiten uns wie erz was ja unsere seelen unsere magie sie extrahieren sie aus unseren hüllen und pflanzen sie in ihre konstrukte in die maschinen die eisernen wer riesige gehende rüstungen sie waren einer der gründe warum graufuth so rasch gefallen ist ich dachte sie wären eine art beschwörung des boten aber das hier dann sind sie menschen ja sie füttern uns jeden tag jede stunde mit diesem braunen schleim der uns vergessen lässt wer wir sind wir 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 lösen uns auf und wenn wir so weit sind werden unsere geister transferiert okay das ist ja aber die eisernen kämen wir ja bei vor 1 da waren die ja auch das ist gar nicht bei vor zwei waren ja glaube ich nicht mehr ne was bei vor 1 waren sie noch da wurden sie benutzt das heißt also dass die eisernen im endeffekt mal vorher menschen waren das aber jetzt hier erfahren wahrscheinlich haben wir uns bei uns bei 1 1 auch erfahren oder hätten es erfahren können aber keine ahnung das war ja ein erlebnis für sich über seins ja fahren wir mal weiter brauner schleim was meint ihr ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll es ist eine mixtur ein gebräu und es lässt uns vergessen wer wir sind unsere namen unsere vergangenheit unsere bindungen alles verschwindet und destilliertes aria hat in hohen dosen einen ähnlichen effekt aber sie müssen es mit etwas anderem vermengt haben wie zum geier ist das möglich man kann eine seele in ein lebloses objekt transferieren ich weiß es nicht niemand der die schmelze je betreten hat hat sie je wieder verlassen transfer ihr meint sie verbinden die seele einer person mit diesen maschinen nicht eine person mehrere jede rüstung verschlingt mindestens 15 manchmal mehr es es ist ein albtraum so kann man es auch nennen wie viele magier sind denn noch im lager nicht viele sie haben mittlerweile fast alle von uns transferiert und in letzter zeit sind keine wagen mehr vom auge gekommen aber ignaz ist noch drin er ist mit mir geflohen aber er hat es nicht geschafft er ist zusammengebrochen kurz nachdem wir den berg verlassen hatten wer ist ignaz mein bruder oder zumindest glaube ich dass dieses braune wasser es hat alles so trüb werden lassen verschwommen nun einer sache könnt ihr euch sicher sein wir werden diesen ort dem erdboden gleich machen ihr müsst ja und ich werde helfen ihr wollt kämpfen ich weiß nicht ihr könnt euch doch kaum noch auf den beinen halten nein nicht kämpfen aber wenn ihr die reinheit vernichten wollt habt ihr eine armee oder ihr müsst doch eine haben ja aber wir wollten erst noch die lage auskundschaften bevor wir sie rein beordern gut das ist gut ich kenne diese gegend besser als ich es wünschte und ich kann euch einen ort zeigen wo ihr ein lager errichten könnt bitte herr lasst lasst mich helfen solange ignaz noch da drin ist kann ich nicht davonlaufen ich will aber ich kann nicht und sie werden ihn verwandeln in ihn schon gut wir werden alles in unserer macht stehende tun um euren bruder zu retten zeigt uns diesen ort von dem ihr gesprochen habt ja rennen wir mal voraus naja klar doch verstanden naja lage aufbauen das klingt ja aber so ein bisschen danach als würde ich erst mal hier das ist der ein alter handels posten perfekt dann los rufen wir unsere armee gut zeit diesem land etwas gerechtigkeit zuteil werden zu lassen aber wir sollten uns schon einmal auf einen angriff einstellen sie werden sicher schon bald suchtrupps aussenden wenn sie merken dass die patrouille nicht wiederkommt ich werde hier bleiben wenn ihr gestattet mein kopf er fühlt sich an als würde er zerfließen kein problem ihr solltet hier sicher sein wir bauen uns hier schönen lage auf und eine jagd keine jagdhütte eine fischerhütte machen wir das ebenso und haben wir noch ein bisschen ach so ja stimmt ich muss hier wieder das dann schon 4 wir brauchen noch eine kaserne ein gebäude wurde errichtet eigentlich von da oben könnten ich war nicht von da oben auch leute kommen ansonsten sieht das erstmal ganz gut aus so wie es ist ein gebäude wurde errichtet ja okay die ab die bonn ja das ding ist halt wir brauchen also ein paar leute ne dann upgraden und ich würde das ding hier auch mit tümpel fest zumindest zwei tümpeln waren hier unten oder neben hier so dass die gebäude wurde errichtet und die mit dem bereich abdecken das wird ein meister wir sagen wir brauchen schon mal wie ein auf und zwar da so hin ja aber erstmal unsere leute wieder hier in die steuergruppe dann kommen wir dann so ich muss meine leute aufbauen kleine armee ein gebäude wurde errichtet 1235 erst mal schon mal so an die 35 heran ja die frage ist natürlich kommen die dann da oben auch hin erstmal ich würde dann vielleicht die armee erst mal hier im lager lassen ja das sollte klappen ja ja das würde noch klappen oder würde noch klappen ja doch aber dann hätten wir alle dann würde ich die armee erst mal lassen und wenn ich dann angreifen dann kann ich mit der armee so ein bisschen hantieren währenddessen nicht da oben hingehen und dann mal das lager einnehmen und dann sektor einnehmen sektor einnehmen sektor einnehmen sektor einnehmen sektor einnehmen und dann den hohe priester töten beziehungsweise das lager der reinheit dann eliminieren ja das haben wir leider nicht mehr können wir nicht machen weil wir brauchen sechs aber wir haben nur fünf noch übrig wobei wir könnten theoretisch den upgrade machen das kostet 15 18 und 20 das haben wir theoretisch eigentlich möglich oder dann hätten wir wieder ein paar leute dann können wir die nämlich in die wachtturm wieder ein ballern und noch ein wachtturm bauen und wir können mehr leute rekrutieren da kommen wir mal was was so das wir werden angegriffen ach so ja warte mal dann ja mit der kompletten armee bitte dass da eine welt wegen busch gewesen so ich würde gerne noch mal die armee die wir jetzt die ganze armee die wir haben kommandant wahrscheinlich mehr oder sein gebäude wurde errichtet ja in ordnung die würde ich gerne noch mal in der separate steuergruppe packen so damit ich auch nur die armee kontrollieren verstanden und dann nehmen wir jetzt erst mal hier das ding ein der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert so das haben sie tatsächlich holz hier tausend holz lol das anders können wir die fleisch nähe gibt es ein fleisch okay und hier ist der außenposten der uns unterstützt aber wir können ja noch keine leute schicken wir werden wieder keine wir werden angegriffen oh nein ein einziger der hat unser turm aber da hat unser turm aber richtig gute leistung hier aber wir werden angegriffen oh nein noch welche oh nein ok jetzt müssen wir mehr ein gebäude wurde errichtet da sind jetzt ein paar das ist doch ein eisern oder wir sehen halt in dem teil ein bisschen anders aus als noch das grafisch auch ein bisschen limitiert gewesen das ist jetzt ein eisern aber in spiel 1 war das doch so dass wir die eisernen nicht gehen konnten irgendwie gesteckt das ist einfach nur pervers ein gebäude wurde errichtet da konnten wir ja glaube ich nicht killen und jetzt geht das ja unbedingt ein paar leute müssen wir brauchen das geht hat mich an dass ich er mir gleich das soll ich schaffen jetzt gleich sofort am anfang wir werden angegriffen auch da oben war das ist doch scheiße zwei freund ich weiß nicht also dass das das finde ich das finde ich jetzt ein bisschen scheiße bis jetzt konnten wir ja noch nicht wirklich eine armee aufbauen so wirklich und jetzt bin ein bisschen angegriffen und da muss ich sagen das finde ich ein bisschen das finde ich ein bisschen hart das hört dann auch nicht auf dass wir hier nachschicken hier an der stelle das finde ich ein bisschen fies ein gebäude wurde errichtet muss ich muss ich muss ich sagen das finde ich das finde ich kacke wenn ich nicht finde ich nicht schön du hast halt am anfang 30 baust du langsam auf das bild dass du mehr hast und dann kommen unten richtig viele währenddessen aber gleichzeitig um auch noch welche kommen du brauchst eine komplette anbieter und zu verteidigen und kannst du oben dann nicht verteidigen das finde ich ja weil sie nicht also man ist es machbar weil die gebäude halt trotzdem immer noch was aushalten aber bei das das muss jetzt nicht sein wenn wir jetzt wenn die jetzt bin gleich unten wieder welche angreifen dann ist das echt beschissen dann die schritt die schon geupgradet ja 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 ne nein kommandant kommandant so so und so so damit die in beiden wir werden angegriffen ja da geht schon wieder los es kommen dann schon wieder die leute an und du hast keine chance wir werden angegriffen und oben gleichzeitig auch wieder ja weiß ich nicht also dass das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht wirklich wenn man das sogar nicht das ist einfach da da müsste nur unten angriff geschehen und nicht oben und andersherum also das darf nicht irgendwie ja ich weiß man kann ja mehr ausblicken aber in der situation jetzt hier habe ich habe ich nicht genug um das machen zu können ich brauche halt eine größere armee wenn ich die ganze zeit hier micromanagement machen muss hin und her hin und her hin und her dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren schneller mehr aufzubauen das funktioniert nicht ich habe ich habe ich habe ihn da überhaupt immer mal hier wissen was wir brauchen dringend mehr stein das habe ich ach ach wir können hier spiel öppischer werden leser ok cool wir können hier ein hüter können wir auch bauen korporal verstanden jetzt ein stein wir bauen hier leider gerade kein stein ab dann bauen wir hier mal bei der kaserne steinbruch dann machen wir hier mal ein steinbruch habe ich ja eigentlich wenn man hier haben wir schon hier t2 ja aber schon aber mehr leute noch mal müssen hier noch mal abwählen steinbaum wer das kommt schwierig 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 ich glaube ich glaube wir können theoretisch theoretisch können wir das oder ein gebäude wurde errichtet bei mir ist eigentlich lieber wer wenn ich die leute die wir produzieren hier aufstellen unsere gelehrten haben eine neue technologie entwickelt ach so mauern verstärkungen ja das wäre mir irgendwie lieber wir werden angegriffen ja solange so lange kann ich das aber leider nicht hin und her hin und her bis wir das dann mal hier haben das wird einmal hier irgendwie unsere leute dann mal hinbekommen ja das ist der ist das der das ist der freak der immer wieder neu kommt ein gebäude wurde errichtet können leider keine leute mehr brauchen okay ich muss den leute abstellen das müssen wir jetzt hier machen gegen eisernen zu kämpfen ist dummerweise wie ich jetzt hier gerade sehe nicht möglich die werden dann alle ganz schnell sterben das muss irgendwie da muss ich irgendwie gucken gut nein die ist obwohl doch eigentlich sollte ich euch hier aber sehr schwierig aber wir bereuen bei den wächtern wir bereuen du hast es wieder getan bei den wächtern was verdammt nein es tut mir leid ich spar dir den atem es ist vorbei sie werden fallen bla bla wo wir wieder drei leute hier zack verstanden und dann noch ein türmchen vielleicht eisenmine ja vielleicht brauchen wir hier noch mal eine eisenmine hin brauchen wir zumindest schon mal eisen ab in ordnung alles klar alles klar endlich ich jetzt ein bisschen hier nochmal nachgucken das ist der spieler posten er muss weg hier versuchen sie gerade was aufzubauen das lassen wir gar nicht tun wir werden angegriffen das verstehe ich halt wiederum nicht das verstehe ich halt wiederum nicht woher die jetzt kommen das ist ein das ist ein das ist ein ach nee und ich komme wahrscheinlich von hier ne kommt schneller ins lager rein das gehe ja gerade auf gegen hell was schieße nicht schon mal das ist also an sich läuft das das der lichtbringer da der wir da gerade getötet haben das ist ein fucking was neues bond hat er sich verwandelt diese verwandlung gemacht warte mal eine gewollte wurde errichtet takt abbrechnung ist doch hier oder warte mal du hast doch hier diese eine fähigkeit die verwandelt ist doch bestimmt richtig krass mega nice ultra des todes hier hast du hast das nicht in deiner liste hier drin goa nicht egal dass man es nicht weil dann könnte goa sich doch hier er könnte sich doch mal verwandeln das funktioniert doch bestimmt seid ihr euch sicher das wäre doch mal eine alternative wo ist jetzt hier das super monster sicher doch ich will mit goa jetzt alles aufräumen gut mäßig mal kommen halt hier aber nicht raus auch hier noch ein paar leute ja ich mache gleich übrigens aufnahmestopp bin ich schon bei 34 minuten habe ich will das hier schnell noch mal hinter mir bringen na dann macht euch bereit Sie werden fallen. Du hast wieder zurückverwendet worden, ne? Nein, gut. Ja, das ist ein guter Ort. Haben wir dafür nicht Arbeiter? Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Kann es sein, eventuell, dass die Leute hier die ganze Zeit versucht haben, anzugreifen und das habe ich hinbekommen. Äh, jetzt nicht mehr machen. Wir werden angegriffen. Ja, das ist ja hier. Ah, es kamen die Flagg hier. Ja. Dann locken wir sie von unserem eigentlichen Lager weg. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Da sind wir ein bisschen weitergekommen. Aber ich habe mir jetzt immer dieses Lager hier an. Damit können wir nochmal, können wir nochmal so ein Upgrade machen. Hier von einem Gebäude wurde errichtet. Bestärkte Welle oder sowas. Aber das ist ja unglaublich hart. Ja, wir brauchen Stein. Wir brauchen nur Steine. Das wäre richtig ein Neid, weil die halten halt einfach arschviel aus. Guck mal, die können halt zwei solche Leute tot machen. Fett hat das... Holy shit. Okay, das ist halt megakrass. Megakrass. Wie viel? Zwölf? Äh, ja. Okay. Ja, das ist vielleicht... Ein bisschen exorbitant hier. Äh... Ähm... Habt ihr etwas gesagt, Kommandant? Ja? Huch, ne. Hier, irgendwo. Ja, da. Bauen wir mal ein paar Leute. Seid ihr euch sicher? So. F5. Wir kommen langsam voran. Dauert ein bisschen. Immer mal wieder so ein paar Zurückgeläufer und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das klappt alles ganz gut. Wenn wir sie auf unsere Außenposten, die wir bauen, lenken, dann greifen sie zumindest unseren Hauptbereich erstmal nicht an. Und solange wir uns immer weiter vorarbeiten und dann immer die Außenposten angreifen, sind wir ja immer in der Nähe. So. Ähm... Nur weil die nochmal von unten kommen und von der Seite, ähm... Greifen die noch unser eigenes Lager, was dicht an unserem Hauptlager ist, an. Deswegen müsste ich da unten dieses eine Gebiet auch nochmal einnehmen. Und dadurch, dass wir diese mega krasse, ähm, Verstärkung haben, der, der Mauern und dann, wenn wir jetzt, äh, genug, äh, Stein haben, dann nochmal upgraden. Äh, holy shit, Türme sind dann sowas von hart effektiv. Also, dann kann sich wahrscheinlich sogar so ein Lager selbst verteidigen, wenn man da ein paar Türme hat. Das ist sehr gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.